Ich begrüsse Sie zur Navigation auf der Internetplattform bauschweiz.ch, das Portal für Bauern und Wohnen. Wir befinden uns hier auf der Startseite. Auf der Startseite finden Sie immer wieder Artikel, interne Mitteilungen, wie auch die neuesten Veranstaltungen aus dem Bereich Bauern und Wohnen in der deutschen Schweiz. In der linken Seite haben wir immer die Navigation. Hier sehen Sie Bad, Garten usw., die verschiedenen Rubriken, die wir den ganzen Bau- und Wohnbereich unterteilt haben. Wir gehen jetzt unter die Rubrik Garten. Wenn Sie auf die Rubrik kommen, finden Sie vorne immer die neuesten Produkte oder auch Mitteilungen aus dem Bereich Garten. Wenn Sie einen Artikel besonders interessiert, können Sie unten in der Ecke «Mehr» anklicken. Dann geht der ganze Bericht auf und unten ist es wieder verlinkt mit der Fachfirma, direkt auf die Webseite. In der linken Seite haben Sie ganz viele verschiedene Unterrubriken. In diesen Unterrubriken finden Sie immer die jeweiligen Fachfirmen, ebenfalls auch wieder mit Link, direkt auf die Webseite von diesen Fachfirmen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Dinge, die Sie speziell interessiert, anzukreuzeln. Anzugeben, was Sie planen. Planen Sie einen Neubau, Umbau oder eine Renovation, Bünderschein, Prospektmaterial, Offerte oder Information mit Ihrem Namen und Ihren Adressen versehen und abschicken. Und schon nach ein paar Tagen bekommen Sie die günstigen Informationen von diesen Fachfirmen per Post zugeschickt. Wir gehen wieder auf die Staatsseite. Da kommen Sie immer drauf, wenn Sie oben auf «Home» klicken. Dann haben wir unter der Rubrik «Fachmessen» sämtliche Fachmesser der Deutschen Schweiz. In der linken Navigation unter dem «Messekalender» finden Sie einen genauesten Kalender mit allen Fachveranstaltungen der gesamten Deutschen Schweiz aus dem Bereich «Bauen und Wohnen». Wir gehen wieder zurück auf «Home». Unter der Rubrik «Fotogalerie» finden Sie von sämtlichen Baufachmessen eine vollständige Fotogalerie. Da können Sie auch im Nachhinein noch alle Stände für den virtuellen Rundgang durch alle Fachmessen anschauen. Wenn wir wieder auf «Home» gehen, haben wir noch die Rubrik «Handwerkerregister». Das Handwerkerregister ist aufgeteilt nach verschiedenen Kantonen. Dort haben Sie die Möglichkeit, die ausführenden Handwerker Ihrer Region zu finden. Klickt Sie einfach an und schon sind Sie beim Handwerkerverzeichnis von Ihrer gewünschten Branche, die Sie suchen, und von der gewünschten Region. Wir gehen hier wieder zurück auf die Staatsseite und befinden uns dann wieder auf der Staatsseite von «Bauschweiz.ch». Unter der Rubrik «BES-TV» kommen Sie auf eine Sonderseite von uns im Fernsehen. Jeden Monat können Sie hier den neuesten Film sehen, den wir produzieren, aus dem Bereich «Bauen und Wohnen». Unter den verschiedenen Unterrubriken finden Sie verschiedene Fachfilme, auch wieder zu den jeweiligen Thematiken. Wir können auch hier wieder zurück auf die Staatsseite und kommen so wieder auf die Staatsseite von «Bauschweiz.ch». Im Unterenblock finden Sie unsere Mediadaten, unsere internen Mitteilungen, verschiedene Kontaktformen, wie Sie zu uns kommen können und alle unsere Partnerlinks. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der Navigation auf der Internetplattform «Bauschweiz.ch». Don't care.